Das ist mein sechstes Jahr, erster richtiger Titel nach dem Supercup dieses Jahr. Schön mal so ein Ding zu gewinnen. Ich glaube, wir haben richtig gut angefangen. Die hatten am Anfang ein bisschen gestruggelt, haben dann von Satz zu Satz besser ein Spiel gefunden. Wir haben immer weiter gepusht und dann hat es zum Glück gereicht. Ja, das gibt jetzt nochmal viel Confidence. Ich glaube, wir haben nochmal gezeigt der Liga, dass wir das beste Team sind. Und dass uns hoffentlich keiner mehr schlagen wird. Die Fans wollten noch ein paar Autogramme und Bilder machen. Jetzt geht es in die Kabine, da wird ein bisschen was getrunken und dann fahren wir nach Hause. Ich denke, dadurch, dass die meisten von uns letztes Jahr schon hier waren, waren wir ein bisschen fokussierter im Ausschlag. Wir wussten, was uns erwartet, haben deswegen konstanten Druck im Ausschlag geben können. Und Hersching hat es einfach nicht geschafft, ihren normalen Standard, den Ausschlag rüberzubringen. Und das hat es uns natürlich ein bisschen einfacher gemacht. Gegen Dachau, gegen Lüneburg, gegen Trentino haben wir nicht viele Chancen gehabt. Und es ist einfach unglaublich wichtig, dass wir jetzt nochmal einen nationalen Titel gewonnen haben und ein gutes Spiel hier gezeigt haben, um dann die Playoffs gut angehen zu können.